Guten Morgen, es ist der letzte Vlog, den ich aus dieser Position in meiner alten Wohnung beginnen werde. Ja, das brauchen wir nochmal in die Wohnung für die Übergabe. Ansonsten wird es jetzt hier echt finalisiert. Ich habe da jetzt noch immer meine Pfandsammlung rumstehen, ein bisschen Müll. Ja, und hier stand die Küche. Die wurde dann gerade abgeholt vom Käufer, hat alles tarnlos geklappt. Wirklich sehr nette Leute, haben nicht versucht nachzuverhandeln, was uns auf dem Weg kleiner zeigen ja gerne der Fall ist. Und ja, ich werde jetzt eben zu Annika fahren, Annika einsammeln. Sie wird nämlich diesen Sessel beerben und meine Handebank, die sind dann auch raus und so wird jetzt alles nach und nach seinen Gang gehen. Kommt gut in den Tag. Es ist ein bisschen später. Steffi ist da! Ja, Steffi war jetzt so nett und ist spontan vorbei gekommen und hat mir beim Putzen geholfen. Die gute Nachricht ist, bis auf den Flur sind alle Dübellöcher zu. Das Schlafzimmer ist komplett fertig. Hier ist, wenn der Hooker und der Ironman draus verschwunden sind, ist hier auch komplett fertig. Das Bad ist geputzt. Ich muss morgen nur noch den Pfand runterbringen, da in der Küche wischen und die Dübellöcher in Flur zu machen. Ja, dann Flurwischen. Obwohl, Flurwischen ist auch... Ja, ne. Also von daher, ja, danke Steffi! Yeah! Yeah! Ja, wir bringen jetzt noch den Album rein runter und den Hocker und machen uns dann auf den Weg zu einer kleinen Verköstigung. Oh! Oh! Ja, und dann würde ich sagen, bis gleich! So, Lala! Ich bin, nachdem ich dann frei nach Hause gekommen bin, erst mal wieder an meinem Sessel eingeschlafen. Ich kriege im Moment einfach viel zu wenig Schlaf. Das wird sich nach morgen Gott sei Dank ändern. Ähm... Ja, morgen um 14 Uhr habe ich die Wohnungsübergabe. Das heißt, ich werde morgen früh in die Wohnung fahren und werde mich um die letzten Reste kümmern. Das ist alles in allem gar nicht mehr so viel, was da noch gemacht werden muss. Ich muss den Pfand in mein Auto bringen. Ich muss ähm... den Boden in der Küche einmal sauber machen. Und hier und da nochmal gucken, ob ich irgendwo drüber erwischen muss. Und ich muss im Flur noch spachteln. Ja, das ist aber alles machbar. Das wird nicht allzu lange dauern. Ähm... Ja, das ist das, was bei mir morgen ansteht. Ich ähm... bin dann ehrlich gesagt wehmütig, wenn die Wohnung endgültig weg ist. Aber ich bin auch froh, wenn die Wohnung weg ist. Und ich dieses Kapitel dann endlich abgeschlossen habe. Ich mag so halbe Sachen und so Hängegeschichten. Das mag ich gar nicht. Und deswegen bin ich einfach sehr, sehr froh, wenn das Kapitel dann abgeschlossen ist. Auch wenn ich sehr traurig bin und sehr viel an die Wohnung denke. Und ich meine, da ist eine Menge passiert in meinem Leben. Ich habe da unter anderem mit YouTube angefangen. Das ist äh... eine der größten Veränderungen der letzten zwei Jahre gewesen. Ähm... Ja, und nicht zuletzt auch, dass ich die Wohnung zusammen mit meinem Vater ausgesucht habe. Mein Vater war ja unter anderem Bausachverständiger und natürlich habe ich ihn dann mitgenommen, als ich mir damals Wohnungen angeguckt habe. Und... Ja... Deswegen... ... bin ich dann noch ein bisschen vorsichtig und äh... ... lasse das... ... versuche das noch nicht allzu sehr mich ranzulassen. Ja, das wollte ich noch gesagt haben. Ich habe gerade dann noch ein bisschen Bloodborne gespielt. Gott, ich bin so fürchterlich schlecht in dem Spiel. Ich rede mir ein, dass es daran liegt, dass ich im Moment keinen Kopf dafür habe und mich nicht drauf konzentrieren kann. Ich glaube, ich bin einfach nur richtig schlecht in dem Spiel. Ähm... Ja... Ansonsten würde ich sagen, Leute, wir sehen uns einfach morgen früh beim neuen Daily Vlog und ich werde jetzt ins Bett gehen. Bis morgen! Notires sensei Notires Vielen Dank.